Herzlich Willkommen liebe 1000 PS-Fans und heute ein riesiges Grüezi-Wohl für alle, die aus der Schweiz zuschalten. Wir sind nämlich in der Schweiz am Moto-Festival in Bern, eine Motorradmesse, mal ein bisschen anders. Wir werden unzählige Custom-Bikes sehen, aber es ist eine Experience. Foodstände, MX-Shows, Konzerte, ich zeig's euch, bleibt dran, kommt mit. Was ist das für ein Sound? Das klingt für mich nach Star Wars R2-D2, sehen wir hier. Wir sind bei Zweirad Verli am Stand. Seine Umbauten hier, die Lackierungsumbauten, verkauft er unter dem Namen Verli Design und es ist wirklich ein Designprojekt. Es ist nicht nur einfach eine Lackierungsfolie, die drüber gelegt wird, sondern da ist wirklich alles mit Liebe ausgedacht und berechnet. Ich habe hier sogar ein Star Wars Schwert in der Hand und die Motorräder sind auch Straßen zugelassen, außer natürlich das Geblinkt hier vorne nicht. Die R2-D2-Geschichte hier ist aufgebaut auf einer Kawasaki Ninja 650, aber was noch viel verrückter ist, das steht da hinten, seine Kawasaki W800 und zwar im Boba-Fett-Style. Es ist ein harter Tag für die, die nicht gerne Kawasaki haben, nicht gerne Star Wars haben, weil jetzt müssen wir da durch. Aber es ist wirklich absolut faszinierend. Die Helme von HJC im Marvel-Design kennt man ja und Verli hat sich eben zum Ziel gesetzt, dann ein Bike dazu zu machen, welches im Farbmuster und im ganzen Stil eben perfekt passt. Also man sieht hier, das finde ich faszinierend, zum Beispiel beim Sitz, der hier jetzt auf dieser W800 verbaut ist. Es hat effektive Schusslöcher drin, die ausgearbeitet wurden. Und trotzdem ist das jetzt immer noch wasserdicht und das nenne ich Liebe und Passion zum Detail. Verli-Design bietet auch noch sehr viele andere Modelle an. Hier das altbekannte Venom-Design. Hinter uns steht noch der Joker oder auch Uni-Lackierungen in sehr speziellen Farben. Es wird in Kürze danach auf 1000 PS noch einen Bericht darüber geben, weil ich finde das wirklich absolut faszinierend. Und Verli-Design macht hier einen super Job. Und Verli-Design macht hier einen super Job.